Hallo, ich heiße Hanna und studiere Film und Motion Design. Das ist meine Freundin Alina. Alina ist Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Und das ist mein Partner Tommy. Er hat gerade seinen Master in Chemie gemacht. Tommy liebt Skaten. Alina skatet auch sehr gern. Meine Idee war, wir mieten ein Wohnmobil und fahren einfach los. Irgendwohin, wo wir alle drei noch nie waren. Naja, und so sind wir dann auf Sachsen gekommen. Das Bundesland Sachsen liegt im Osten von Deutschland. An der Grenze zu Tschechien und Polen. Es ist wunderschön dort. Nur mit dem Wetter hatten wir ein bisschen Pech. Aber unsere kleine Reise war trotzdem super. Und nun seht selbst. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.